so lieber johann das nächste video ist für dich gute fahrt wird ein bisschen ruckeln und laut sein aber die fahrt zählt auf dem weg nach porte solaire von waldemossa so so wenigstens einmal wollte ich mich zeigen hallo johann ja gewonnene reise kein geld dazu bezahlt und ich hoffe dass dir und deiner familie es gut geht und sag erstmal die fahrt geht weiter so 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So, kleine Pause, wieder mal gucken. Jetzt ist der Ton ja wieder da. Kannst du die Grillen hören? Ich weiß mal ohne Motor. Der Wind wahrscheinlich will auch laut sein. Und wieder mit Motor. Ich muss mal immer ein bisschen aufpassen, wenn der Sand rumliegt. Wir sind jetzt hier im Dramat-Murtura-Gebäude. Nein, natürlich im Gebirge. Dramutana! Der Wind Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ist das nicht herrlich? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Jetzt guck Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also du bei mir. Leider geht es mit lauter Musik. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Und wieder ein kleiner Blick. Ich kann leider nicht zoomen. Das geht jetzt nicht, weil ich das so festgeklebt habe. Aber ich hoffe, das geht auch so zu gucken. Auf dem großen Fernseher könnte es vielleicht scharf sein. Ich hoffe, dass der Autofokus funktioniert. Und weiter geht der Reise. Aber jetzt mal wieder zurückschieben. Boah, ist so schwer die Maschine. Bleiben Puppo. Auf dem Koffen, auf dem Koffen. So, und weiter geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Ich werde noch mal ein paar Berge gucken. Und das Geräusch der tausenden von kleinen Firpen und Grillen. Ich hoffe, der Akku hält noch bislang. Und da auch die Speicherkarte weiter geht. aus. Das ist immer überwähl. Also immer wenn der Sand ist und der Sand aufgewirbelt wird, ist der Motorradfahrer ein bisschen Achtsamkeit gegeben. Der Sand ist der Motorradfahrer ein bisschen Achtsamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt muss ich erstmal Pause machen, also eine kleine Pause. Weil ich muss was trinken, da habe ich mir gedacht, machen wir noch Pause, einfach zusammen. So, das gute spanische Wasser aus der Plastikflasche, Greta lässt grüßen. Um den, so, ich stelle den Helm mal hier oben drauf, dass der nicht runterfällt. Prost, Johann, natürlich hat ja ein Pfleger und eine Pflegerin gerade auch was für dich zu trinken da. Jetzt denken die ganzen Leute, man macht ja genau Pause hier in der Kurve. Da vorne könnte man halten und vielleicht da unten auch. Aber die wissen ja nicht, dass es dich gibt und dass ich das Video jetzt gerade nur für dich mache. Prost. Also wir haben jetzt hier in der Sonne ungefähr würde ich mal sagen 42 Grad. Sehr braun, innerhalb von nur zwei Tagen, das ist Wahnsinn. Ja. Kannst du es hören? Ich gehe mal auf so ein Bild, dann kannst du die Berge sehen, okay? Also das ist ein Krankenwagen in Gelb. So, ich werde jetzt die Tasche wieder verstauen mit dem Getränk, wenn ich das irgendwie hinkriege. So, wackelt zwar ganz schön, aber ist ja auch eine Motorroller mit einem großen Kofferraum. So, Mütze wieder auf dem Kopf. Computer sagt noch vier Minuten. Das ist nicht meine Kapazität. Na ja, da wollen wir mal gucken. Ich darf voll schnell ankommen. Aber ich glaube, das klappt auch nicht. Egal. Erstmal so, wie schöne Fahrt bisher, oder? Abrascai, go-goo! Miranibo! Fahrzeuger Da hasn't denôle рассcht! Das war's. Guck mal, wie akkurat sie die Wand bauen, die ist wirklich wie mit einem Brett gemacht, als ob jeder Stein dafür gebaut worden wäre. Hammer, oder? Also ich bin echt fasziniert von den Baumeistern hier auf Mallorca. Ich fahre einfach mal ohne Strom und ohne Diesel und ohne Benzin und ohne Super-Streib-Sei. Ja, so kann man ja auch Geld und Strom sparen. Man fährt jetzt ohne Diesel, ohne Diesel, mein Diesel bleibt zu Hause. Wahrscheinlich kannst du mich eh nicht hören durch die ganzen Fahrten mit. Da kannst du eigentlich sinken, was ich will. Ja, ich weiß ja sowieso nicht sinken kann, das ist eh egal. Abra Sky, Cuckoo, Girolimo! Der Motor ist wieder dabei. Vielleicht fährt er nicht die Bremse. Heute ist Samstag. Und am Samstag in der Nacht bin ich wieder zurück. Am gleichen Tag! . . ? 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 Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Willkommen in Soler und dann wollen wir gleich den Strand finden, vor dem ist ja der Hafen, aber eigentlich auch der Akku reicht nicht mehr, egal, schöne Grüße aus Spanien, schöne Grüße aus Mallorca. Spanien Spanien So lieber Johann, der Akku geht jetzt zu Ende, ich muss Schluss machen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Spanien 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 Vielen Dank.